hey leute und herzlich willkommen zur ersten folge ja von was fragt ihr euch bestimmt naja fragen müsst ihr euch nicht guckt doch da microsoft ihr seht richtig und wir zocken heute auch wirklich die erste folge gesagt wir beginnen die erste wie soll ich sagen ja episode und zwar mit etwas ganz schönen ich sage hier direkt 45 minuten das heißt die erste folge wird 45 minuten lang werden ich freue mich jetzt schon mal richtig drauf ich habe schon mal eine pro aufnahme gemacht habe sie aber spontan wieder abgebrochen weil ich gedacht habe irgendwie ist das spiel gecrashed aber ne alles bleibt alles wird aufgenommen ja und ich will schon mal sagen was dann zukünftig kommt oder nicht suchen was jetzt am sauber kommt ist ein kleines in die game er hat richtig ich spiele samsung in die game anstatt minecraft soll und liegt einfach daran ich nehme hier verdammt nochmal jetzt gerade am ersten release auf war für euch direkt schon der 45 erfolge die meint sich heute auch noch in die cards rein damit ich morgen die auch für uns hochladen er hat richtig morgen kommt die erste folge also für euch am 14 10 heute 13 10 naja ich rede schon wieder so lange herum wir zocken und beginnen einfach mal ja wir haben uns jetzt auch schon in letzten modus hier den herren charakter ausgesucht wir haben noch nicht sind noch nicht so weit reingegangen ich werde mal gucken ob das jetzt hier gerade so funktioniert beziehungsweise ob ich wir kommen ich lech mal kurz das raus auch die ganzen schönen auch die ganzen schönen sounds naja kommen machen wir einfach ganz von vorne einfach mal und die haben wir entschieden wir zucken mit den jungen mann mehr habe ich auch nicht gemacht aber gut bestanden ist die episode nicht lang schnacken wo man erstmal ist hier der edgar ja und hier sehen wir auch schon mal die vollsetzungsepisoden amazing require the last place you look block and the hard place da oben das müsste der neue endertrache sein da bin ich mir aber unsicher und oder ab ok ich freue mich schon wirklich drauf ich habe mir auch das komplette version geholt das heißt ich habe auch alle die jetzt hier ist alles schon mal mit drinne ja er kommt ich kann nicht lang sagen wir beginnen ich bin jetzt auch direkt schon los geht's nothing built can last forever and every legend no matter how great fades with time with each passing year more and more details are lost until all that remains are myths half-truths to put it simply lies and yet in all the known universe between here in the far lands the legend of the order of the stone endures unabridged as self-evident fact indeed it is only a troubled land that has need for heroes and the house was fortunate to have so long ago for heroes such as these gabriel the warrior before whose sword all combatants would tremble eligard the redstone engineer whose machines would spark an ear of invention magnus the robe who would channel his destructive creativity for the benefit of all and soren the architect builder of worlds and leader of the order of the stone these four friends together would give so much to gain their rightful place as for heroes their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the ender dragon in the end the order of the stone emerged victorious and the dragon was defeated their story complete they slipped away into the pages of legend but when one story ends another one begins would you rather fight a hundred chicken size zombies or 10 zombie size chickens yeah just to be clear you wouldn't have any weapons or armor so you have to fight them with your hands i'd pet to go with the giant chickens not because i want to or because i think it would be easy but because they would be an abomination imagine their giant feet like i said an abomination so i've got a daylight sensor on the roof and if i did this right these lamps should turn on once it gets done i didn't want to just leave reuben here with nothing while we're at the building competition he's coming with us really what kind of question is that of course he is okay i'm not saying he shouldn't come i'm not but don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go he kind of makes us look like i don't know amateurs he's my wingman people always want to talk to the guy with the pig you mean talk about the guy with the pig like look at the weird guy with the weird pig how weird i didn't mean anything by it i'm glad he's coming i just don't want to give people one more reason to call us losers i'm getting tired of it i'm tired of being a laughing stock we are not losers olivia we lose all the time it's what we do okay that might be true i can't remember the last time we won anything but if that's the case it means we win at being losers all right fine okay can you hear that oh no boom oh monday you guys totally freaked out great now i'm gonna smell like a pig in endercon that's what you get axel i brought you good times and now i'm being punished for it you scared us half to death nothing is fun if you're not scared half to death did you bring the fireworks of course i did i even brought something for the little guy nice you brought reuben a disguise um we're going to a convention somebody's got to wear a costume as long as reuben is happy i'm happy happy well zippity-doo-dah okay relax it's fine you definitely brought the fireworks right yes i'm ready waiting on you guys see now he's your wingman stop hurry up and grab your stuff we'll meet you downstairs okay okay oh ja leute geil ich muss ich muss jetzt mal ehrlich sein achte mir gefällt das spiel jetzt schon so für um okay leider ist es auf englisch warte mal zu schiff key okay also mehrlich ich finde es geil das hat wirklich hier mit em mit hätte hätte m hälte games richtig zu tun auch der humor nur dass es auf englisch das tut mir leid wenn ihr nicht alles ein fliegen können so ich möchte gerne oben ändern ich möchte ihn gerne f gerne gemia dragon rohr roben er hat er oben Und das wird es tun. Ich habe diesen Stand als Geschenk, aber ich habe keine Armour, die es aufzunehmen. Vielleicht ein paar Tage. Eines dieser Tage werden wir die Endercon-Bildung-Kompetition gewinnen. Und wenn wir das tun, werden die Leute an uns schauen und sagen, hey, da sind Jesse und Ruben, die Gewinner der Endercon-Bildung-Kompetition. Sie sollten wirklich den Namen ändern. Okay. Okay, wir haben ein Schwert. Wir gehen mal an die Chats. Eine Schere ist definitiv an die Knie. Ich weiß nie, wann ich ein paar Schere brauchen muss. Okay, wir haben jetzt eine Schere. Okay, mit Mautrad können wir also wechseln. So, gehen wir mal jetzt hier hin. Gabriel, der Krieger. Denkst du, dass wir das immer bemerken werden? Das ist nicht unmöglich. Vielleicht werde ich mich bemerken für meine süßen Poster-Kollektion. Okay. So, mal gucken wir hier mal rein. Hm, Flint & Steel, nicht zu schabber. Ja gut, äh, Feuerzeug können wir immer gebrauchen, meine Freunde. Aber das ist, das ist alles im Micro-Style. Ich finde das so ein Schrein. Äh, kann ich hier... Okay, ich glaube wir haben alles. Ich bin mir gerade relativ unsicher. Aber das hat wirklich hier ein bisschen so ein Walking Dead sein. Nur gerade geiler. So. Awww. Mein Schweinchen. Awww, ich liebe das Schweinchen. Das ist alles. Let's roll. Ja, Mann. Roll. Let's go. Okay. 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 Awww, Gabriel. ähm ähm wir werden verdammt nochmal dieses Jahr dieses Jahr geschehen und das war nicht so gut wie es in meiner head Eww No, no, ich bin mit dem Alright Wait a minute, wait a minute Wir denken das alles falsch The point der Begründung competition ist nicht nur zu bauen etwas Wir müssen etwas machen zu bekommen von den Juden Ok, dann So, wie machen wir das? Wir bauen nicht nur etwas Funktionales Wir bauen etwas Spaß Wir bauen etwas Spaß Nachdem wir die Feuerwehrmacht wie wir planned haben dann wir bauen etwas cool auf dem Wir bauen etwas auf dem Wenn wir eine Reaktion aus den Juden bauen wir etwas Schmerz Ich sage, wir bauen einen Creeper Würden ein Enderman wäre besser? Ich bin eher von Endermen als Creepers Ich bin eher von Endermen von Creepers Ich bin eher von Endermen von Creepers von Creepers Wir fahren vor der Wir werden so bereitstehen wir können nicht verlieren nicht Renten Sie Reaktion zu Bekauf bei Bekauf wird das Das wieder ist Team! Alter, Quicktime mit Vancey! Ihr könnt mich mal! Okay, warte! Ah, nice! Alter! Das ist ja richtig geil! Ja, leck mich doch! Ich hab hier zu tun, mein Freund! Oh, warte mal, wir müssen hoch! Hoch! Das nenn' ich ja Powerworking! Warte mal! Okay, nice! Oh, BAM! Ja! Okay, das heißt, wir haben wie mit Quicktime was zu tun. Ach, Schnauzehalten! Oh, großartig! Es gibt Lukas und die Ocelots. Die Rivalry fortsetzen. Mann! Sie haben schnauze, Kleine und alles! So cool! Na, 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 na! Wenn es nicht die Ordnung der Verlust... Great! Die Fail Squad ist hier! Lukas! Get a load of diese Verlust! Loser! Okay! He isn't! Wir sind die DeadEnders! Woah! Sieht wie ein Name für Piraten! Das ist cool! Okay, DeadEnders! Ihr seid in Booth 5! Ah! 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 Aber, warte mal! Hier, der Lukas... Der Lukas ist ja, glaube ich, so ein relativ netter... Der hat ja... Dagnaggegen! Ah ja! Und jetzt mal kurz einen Moment! Ihr seh ich jetzt live, wie ich gerade auf dem Twitch-Account... Äh, auf meiner Konfekte! Kurzem Moment! Ich... Nehme... Auf... Bitte... In... 30... Minuten... Anstehen! Anschreiben... Chris... Okay, okay! Ja, so professionell bin ich! Naja, wir haben hier Boot 2! Das ist Boot 2! Mal gucken! Wir gucken uns alles natürlich an... Okay... Du... 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 Was haben wir in der Chester? Hm... No! Das hier ist eine limited edition. Aber wir gehen nach rüber zu unserem Whoop. Ist das ein Freak'n Beacon? Sie haben ein Freak'n Beacon? Freak'n Beacon? Das ist Stained Glass. Sie bauen nicht nur ein Beacon. Sie bauen einen Rheinbauer Beacon. Oh, meine Fresse. Wir werden es verlieren. Unser Design ist viel cooler. Ein gigantischer Enderman ist besser als ein feines Licht. Seine Difficulty-Score wird höher als unsere TOTAL-Score. Wir haben etwas, die sie nicht. Die Feuerwerke. Wir sollten wahrscheinlich stoppen sie aufhören. Ha ha ha! Schau, es ist die Order der Verlusten. Wieder. Good one, Gil. Wir schauen nur. Es wird viel Zeit für Sie alle zu schauen, nachdem es gewinnen und wird an Ender-Con. Du bist unverlässig. Vielleicht nicht alle. Ender-Con nicht mehr. Ender-Con nicht mehr. Ich spreche über deine Pädchen. Ich spreche über deine Pädchen. Ich spreche über deine Pädchen. Was ist das? Jesse sagte, schau. Schau. Du musst es wieder hören? Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht. Du bist Zeit, Aiden. Wir haben Arbeit. Du bist ein Glück. Ich bin unterwegs. 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 Wie geht's die Pädchen? Nur Zeit wird es sagen. Aber wir sind optimistisch. Hey Petra. Ich habe dich zu bedanken für die Nethers star. Hey Lukas. Nicht ein Problem. Du helfen diese Tools? Für die richtige Preis? Ich werde jemanden helfen. Wenn du etwas brauchst, wirst du mich finden. Wenn du etwas brauchst, Niemand von uns wissen, wo du dich finden. Genau. Genau. Oh. Keine Gefühle, Leute. Wenn du mit Petra cool bist, dann bist du mit uns cool. Also warum nicht wir uns vergessen? Und, du weißt, machen wir das über wie cool unsere Builds sind. May die beste Team gewinnen. Warte, was du wünschst. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ladies und gentlemen. Willkommen in der Endercon-Bilding-Kompetition. Die winners dieser Jahrzehnte werden ihre Builds auf der Endercon. Die winners werden auch in der Endercon-Kompetitionen in person, Gabriel the Warrior. Ocelot! 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 Handshake? We don't have a handshake. We'll just make one up. Okay. We'll call it the... uh... Bitterbump? The Builder Bump. The Builder Bump. I'm a good user. And just like that, I'm nervous again. Don't talk like that, we can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. Oh man. This year the Dead Enders can't lose. Dead Enders. Let's do it. Oh nein! Ein Feuerwerksdispenser! Ich bin so schaue! Du wirst über eurem Bild, du wirst über unsere. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit. Hier geht nichts. Das sieht so cool. Wir werden das für sicher. Ich muss sagen, diese Endermen ist süß. Good call, Jesse. Ja, nice! Leute, die sind auf uns. Good build, man. What? No way. It's just a bunch of dyed wool. Oh, du Arschkampfe! Du Arschkampfe, was du entwärmest? Oh nein, Ruben's on fire! Ruben, nein, komm zurück! Das war Aiden. We're gonna ruin the build. Ruben's gonna get lost. Oh Gott, was machen wir? We've got to do something. But our build is about to go up in flames. We've got to get Ruben's. 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 Oof. We're right behind you. Ah! Ah! Und dann tut's mir leid, wenn da dann der Endesrach runtergeht, aber ey! I don't see him anywhere, Ruben! The sun's going down. We've got to find him, fast! He could've gone anywhere, and this part of the woods is huge. We stand a better chance of finding him if we split up. If either of you get lost, just use the lights from Endercon to make your way back to town, got it? Got it! Jo! Okay, das heißt Wurm suchen. Und danach mit den Lichtern zurückgehen. Where are you? Just give me an oink if you can hear me. Oink, oink? Gott, wo ist Wuben? Hm. Da hinten, da hinten müsste Wurmt sein. Could that be Ruben? Just oink if you can hear me. Gott, wir müssen Wuben finden. Oh. 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 Ruben? Ruben, come here, boy! Hm, I hear some pigs. Ruben! Oh, I hear some pigs. Ruben! Where are you, buddy? Ruben? Where are you, buddy? Ruben? Ruben! Ruben! Fuck, fuck, fuck! Ruben! Ruben! Oh no, are you in there, buddy? Oh, jeez, please don't be toasted, Ruben! Oh, jeez, please don't be toasted, Ruben! Phew! Oh, god, thank you. Let's do it. Ruben? Ruben! Okay, he must... Ruben? Can you hear me, boy? Ruben, is that you? Okay, I get... I get panic. Ruben? Ruben? Hmm... Is that you think sometimes the wood sword? Ruben, hello? Ruben, there you are! Oh, I'm so happy to see you! Das schweinkchön. Wow wow wow. Zummel. Zumbis. Zummel. Ok. Die Animation Funktion ist ja auch geil. Ich denk... Ich denk wir gut. Oh shit. Oh shit. Ich denk wir geschafft haben. Oh god, oh god, oh god. Clicktime with Vance. Back! Get back! Okay. Stay behind me. I got you. Okay, nice. Ah, nice. Cooles Kampfsystem. Fick dich, du. Drohba. Oh god, da hinten kommen ja noch mehr. Alter, da kommen ja noch mehr von den Fächer. Oh shit. Stupid wooden swords. Oh man. Okay, jetzt wäre das gut, wenn jetzt irgendjemand helfen würde. Oh nein. I know it's bad. I'll think of something. You're gonna have to make a run for it, okay? Rennen, renn. I'll meet you back in town, I promise. Get out of here now! Come, renn, mein Freund. Rennen, mein Freund. Wtf, 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 wtf. komm 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 Ich hatte Klinkheim mit mir, also stopp, 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 stopp. Oh man! Okay, das war ja schon spannend. Wie weit weg ist das Ding, du willst mir zeigen? Warte, Jesse. Du willst keine Reputation als ein wimp. Das ist nicht meine erste Mal in eine Kabe, Petra. Ja, aber hast du schon gesehen eine Wither-Skull? Whoa! Fresh from the Nether. Du bist die erste Person, die ich es zu zeigen. Also, du besser das zu verstehen. Das ist verrückt, Petra. Du könntest dich getötet. Okay. 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 Ja, komm. Dann holen wir uns einen Steinschwert, mein Freund. Oh, okay. Danke. Hey, ist das alles dein? Nein. Wir sind nur von jemandem dumm genug, um es hier zu verlassen. Natürlich ist es meine. Nur sicher. Oh, hier geht's. Jackpot! So. So. Just place the pieces on the table. Alter, das sollte man auch bei Minecraft einführen, meine Freunde. See? Isn't it better when you make it yourself? Nice. Also, das heißt, wir können auch ein Spiel craften. Okay. Ich finde, ich finde die Idee gerade richtig geil. Check it out. Endercons all lit up. Oh, man. Looks like Lucas and his Ocelots won again. Sorry, Jesse. But you've got to admit, that beacon does look pretty sweet. No. Yeah, yeah. I just wanted this to be the year we finally beat that jerk. You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him. Just in case. He's good at building. That's for sure. It's always useful to have a guy like that around. Yeah, you might be right. Yeah, you might be right. I'm just saying, if you run into him at Endercon, try talking to him. I don't need a lecture on the power of collaboration, Petra. How about a lecture on the power of my fists? It's short, but deadly. Come on, let's hurry. Remember what Endercon was like before it was cool? Remember what we were like before we were cool? Some of us will never be cool. Haha. Oh, man. Whoa! Whoa, whoa, whoa! Creepers! And Tom's. Crap. This doesn't look good. Yeah, I just wanted to say, that looks good. Well, there's only one way off this bridge. Champ. Whatever we do, we do it together. We fight. We fight. The only way off this bridge is through them. Nice. Too many of them. I don't want to die! Nice! Whoa! 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 Yeah, nice! This is the intro. My face! A T T Story Wow, wow, guck mal, guck mal hinter Hallo Kiefer Oh nein, die schicken, die schicken Boom What the fuck Burns, it burns Don't you know, you dive into the water You don't land on top of it Pull yourself together and follow me Okay, come Just let me know if you see Ruben anywhere He's gotta be here somewhere I hope you're right So when we're making the deal I need you to let me do the talking Okay Yes I just don't want anything to screw this up Or anyone Talking's what I do best Just do me a favor and suppress your inner talent, okay? Okay 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 And Petra? Hey, you all know Petra, my new super close friend We're super close now We ran into each other while I was looking for Ruben Couldn't find him either, huh? I'm sorry, Jesse We look everywhere I saw him, but before I knew what was happening I saw him, but before I knew what was happening, we were under attack by a zombie horde I told him to run, it was for his own good What were you doing in the woods, Petra? Nothing Just drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams I would've been spider bait if she hadn't found me I gotta admit, I'm pretty bummed they won, again I mean, there's no way we were gonna let you go after Ruben by yourself, but It's okay to be a little disappointed, right? More like, a lot disappointed The saddest of the sad sacks? They deserve this Olivia, even you've got to admit that Yeah, yeah Can I agree, but then also still hate them and everything they stand for? Hey, Jesse, it's time to go see about that... thing Oh, right, the thing Subtle Yeah Has a punch to the face Axel and I were gonna head into Endercon anyway See you in there? I heard somebody saying there's free cake by the map booth Hurry, we're supposed to meet in the alley over there Um, okay Dark Dark, dark Very dark in here That's weird He said the dark creepy alley close to the gates, but Oh, well, when? Maybe he's late Are you sure this is the dark creepy alley he meant? Hmm, I was Okay, new plan You stay here, just in case this is the spot he meant, and I'll look around I guess I could have heard him wrong Then again I've forgotten the spot Ron before Okay, I'll hold down the fort Thanks, Jesse I'll be back before you know it If he shows up while I'm gone, just stall for me And just who are you? I'm waiting The name's Jesse What's it to you? I'm supposed to meet with Petra, not whatever you're supposed to be Give me one good reason why I shouldn't walk out of here right now You're the guy who needed a wither skull, right? Not so loud, you idiot Too many people know my business already Do you have the skull? Uh, well You do or you don't You'd better not be toying with me Of course I have it What kind of dealer would I be if I didn't? Let's see it then You want to see it? You bet I want to see it I'm gonna show you Show me then Stop rushing me, I get nervous when I'm rushed I'm not wasting any more time with you Ivor Not a moment too soon Your partner here almost soured the deal Oh my Ah, well, that's not good I left my friend Jesse here while I went looking for you I've got what you ask for If you have what you promised us You didn't say anything about an us when we first met And I don't like surprises If these are the sorts of people you associate with Perhaps we should call the whole thing off My friend is fine, right Jesse? There's no problem here Let's not be too hasty, okay? Okay, this is just a little misunderstanding Okay Let's just do this thing That's what I thought Proceed then So I'm at the end of the head A cup I'll take that diamond now Take it, you've earned it Yeah Uh, this isn't a diamond No, it's Lapis Of all the dirty, underhanded tricks to pull Let's go after him I'm either getting that diamond or I'm getting my skull back Yeah, or you'll make him pay, right? Right? Come on Do you see him anywhere? We lost him Then we'll just have to find him again Go Yes Yes Dann lasst du uns ihn suchen Na, wobei, wobei, Leute, 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 Leute Ich glaube, jetzt machen wir hier den Break Wir haben jetzt die ersten, sagen wir mal, knapp 14 Minuten gespielt Also 39 Minuten Und ich würde jetzt mal sagen Jetzt wird ein Break gemacht Ich hoffe euch, dass es gefallen hat Gebt mal einen Daumen nach oben Und wenn es euch wirklich gefallen hat Bei einem neuen Projekt Und besonders auch so einem großen Projekt Helfen Daumen nach oben Immer jeden einzelnen User Schaut euch natürlich auch die anderen Projekte von anderen YouTubern an Wenn es euch gefällt Und schreibt viele Kombis Ich freue mich, dass ich auch mehr geschwiegen habe Ich musste auch mal bei der Zwischenzeit ein bisschen Klappe halten und so Ja, und ich sage nur Wir sehen uns in der nächsten Folge direkt auch wieder Bis dahin wünsche euch wirklich alles Gute Bye, bye und ciao, Leute Yes